Und das ist Andreas Balz, also er ist am Arbeiten bei Radio Grisha am Moderieren. Da habe ich jetzt gleich ein Interview gemacht. Aber den wollen wir jetzt nicht rein, denn sonst hört man es hier am Radio. Und eine sehr coole Sendung. Das Fenster auf Radio Grisha. Und heute Abend sind wir hier in der Werkstatt in Chur. Das Grisha hat einfach die geilsten coolen Hip-Hop Graffitis hier. Das müsst ihr hier auch noch sehen. Toll. Also jetzt geht es aber wieder zurück. Jetzt muss ich nämlich die Werkstatt besuchen.